Wenn man mal so die Kommentare und an manchen Videos von den ganzen Vlog-Youtubern durchgeht, merke ich persönlich immer häufiger eine Sache. Die Leute haben verdammt nochmal keine Ahnung, wie genau sich die Werbeeinnahme rechnen lassen. Es stimmt schon, dass einige YouTuber sich insgesamt eine goldene Nase verdienen, aber das liegt meist eher an noch anderen Möglichkeiten, die YouTuber haben, um kleinen Kindern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da bekommt Kindergeld ja eine ganz neue Bedeutung. Aber fangen wir erstmal mit einem Beispiel an, um euch zu verdeutlichen, wie sich denn jetzt genau die eigentlichen YouTube-Einnahmen rechnen lassen. Vorweg, ja, ich darf darüber reden und nein, ich werde nicht meine Einnahmen als Beispiel nehmen. Ich verdiene ja eh nichts. Also gehen wir mal von einer Million monatlichen Aufrufen aus. Die Zahl ist schon mal nicht gerade ungewöhnlich heutzutage. Der erste Fehler ist es hier bereits von dieser Zahl auszugehen. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen den allgemeinen Aufrufen und den monetarisierten Aufrufen. YouTube hat immer mal wieder Probleme, die Werbung zu schalten. Manchmal funktioniert das auch gar nicht. Manchmal machen Rechte da Faxen und natürlich gibt es noch die Adblocker. Coole Leute. Wie viel bleibt dann noch genau übrig? Ich runde jetzt mal ab und ziehe 80% für den Aufrufen ab. Und das ist keine fiktionale Zahl. Ich gehe von echten Angaben aus. Das ist eher noch zu wenig. Danach bleiben also noch 200.000 monetarisierte Aufrufe. Da man beim CPN die 1,5 US-Dollar pro 1000 Aufrufe hat, müssen wir diese Zahl nochmal durch 1000 teilen und kommen somit auf 200. Diese Zahl wird jetzt mal dem CPN genommen. Mit Glück liegt der CPN meist so bei 10 Dollar, also gehen wir auch mal davon aus. Somit kommen wir insgesamt auf ein Gewinn von 2000 US-Dollar für eine Million Aufrufe auf YouTube. Da allerdings hier auch alles netzwerkbedingt ist, müssen wir aber weitere Abzüge gemacht werden. Bei einem guten Vertrag bekommt man mindestens 60% der Einnahmen, das wären in diesem Fall dann 1200 US-Dollar. Umgerechnet sind das dann nach heutigem Stand 1068 Euro, der YouTuber für seine 1 Million Aufrufe ausgezahlt bekommen sollte. Das ist an sich gar nicht mehr so viel, wenn man die ganze Arbeit und die Ausgaben dahinter berechnet. Natürlich kommt auch noch der Staat und will seinen Anteil haben. Man muss auch bedenken, dass die Abzüge bei monetarisierten Aufrufen sogar noch größer sein müssten und das jetzt alles nur als Beispiel genommen wurde. Zumindest habt ihr jetzt alle relevanten Größen, auf die ihr achten solltet. Man kann die Angaben natürlich auch als Formel benutzen, ihr müsst dann einfach die Werte anpassen. In meinem Beispiel sähe das dann so aus. Oh Gott, das wird mir jetzt aber viel zu viel Mathe hier. So, da habt ihr wahrscheinlich eure schon lange ersehnte YouTube-Money-Formel. Alle Angaben ohne Gewähr und nur aus meiner bisherigen Erfahrung als YouTube-Partner. Viel Spaß beim Ausrechnen der Gehälter der YouTuber, lasst mich gerne mal ein paar von denen in den Kommentaren wissen. Wenn ihr euch über meine Erfahrung beschweren wollt, dann schreibt es gerne in die Kombis. Wer mehr es darf von mir, könnt ihr abonnieren, erzählt es euren Freunden, Haustieren, nervigen Skype-Kontakten, wie viel YouTuber wirklich verdienen. Und wenn ihr schon hier seid, dann würde mich natürlich ein Daumen hoch wie immer unterstützen. Ich bin aber erstmal raus, bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.